Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Zahlen sind toll inzwischen. Fast 80% der Kinder können geheilt werden, die mit einer Krebserkrankung in die Kliniken kommen. Kinder sind unsere Zukunft. Egal ob freitags auf der Straße oder im Krankenhaus. Jeder kann helfen. Wir sind alle kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Wir haben in dem gelben Team blaue T-Shirts. Und im blauen sind die gelben, oder? Im blauen sind die grünen. Egal. Ab wann ist PvP? Ich habe nicht zugehört. Ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr, okay, alles klar. Ich hätte sonst in meiner eigenen Anleitung gucken müssen. Hilfe! Was machst du? Ich habe eigentlich nur das Sofa auf dem Floß zerschlagen. Und hier mit den Mutperlen haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, dass für individuell jede Maßnahme, die am Kind quasi durchgeführt wird, die sie über sich ertragen lassen müssen, quasi eine spezielle Perle auszuhändigen. Okay, wo wart ihr hin? Zu so einem Pio-Dings da? Draußen schleicht jemand ans Haus. Wir backen jetzt nicht die Tür auf und gucken. Ich gehe nicht wie der Clown. Ich will nur gucken, was hier so los ist. Hinter mir ist ein kackgelber Mann! Ich habe hier einen Breakdancer. Oh Gott, Leute, hier passiert Sachen, das glaubt ihr nicht. Und jetzt greifen wir mal nicht zwischen die Beine, so über den Kopf. Wart mal, so. Ach ja, und eine Pizza für den Chat. Da hinten, da hinten am anderen Ende, also auf der anderen Seite. Ich hatte mir halt... Oh. Was ist das? Frau Zockerrübe, bitte machen Sie die Kiste frei. Frau Zockerrübe, bitte. Anders kriege ich ja keine Aufmerksamkeit hier. Das denken sich viele Menschen, die das hören. Mein Kind hat Krebs oder die sehen immer nur das große Wort Krebs vor sich und denken sich, oh je, wir sind jetzt hier quasi zum Sterben verdammt, sozusagen. Und das ist aber inzwischen nicht mehr so. Corona will zwar noch nicht weichen, aber wir setzen trotzdem mal ein Zeichen. Sollten wir deshalb fünf gerade sein lassen? Nein. Das würde gar nicht zu uns passen. Stattdessen machen wir uns fein und laden euch zum Jubiläum ein. Warum ist unser halber Steg hier eingestellt, Stötz? Ihr habt doch was nicht mitbekommen am Anfang, ne? Ich glaube, das waren die Gegner. Ja, ja, das waren die Gegner. Das war Asra. Glückwunsch an mein Team. Wir haben wirklich was draus gemacht. Ich bin stolz davon. Was für eine Schwere, Leute. Ich bin stolz auf euch. Dankeschön, Dragon, Dankeschön. Das hilft alles weiter. Und wenn es 50 Cent sind und wenn es nur deine Anwesenheit ist, ist alles toll. Danke. 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 Vielen Dank.